Lebensmittelmotten sind sehr, sehr schwierig wegzubekommen. Und häufig habt ihr natürlich schon irgendwelche Giftsprays oder andere Fallen ausprobiert und die haben nicht wirklich funktioniert. Wir haben hier, dort sieht man sie, die Nützlinge. Das sind bis zu 3000 kleine Tierchen, die mikroskopisch klein sind und die Eier eurer Lebensmittelmotten fressen. Ihr könnt die überall platzieren. Die sind komplett unsichtbar und ungiftig und ungefährlich für Tier und Kind. Und ihr könnt die sogar im Brotkorb wie hier verteilen. Und die werden effizient eure Lebensmittelmotten bekämpfen und danach werdet ihr diese kleinen, mikroskopisch kleinen Tierchen nie wiedersehen. Das ist die beste biologische Art zu bekämpfen.